die leute und willkommen zu lonestar wir spielen das parados 3 und wir sind bei die alte und die neue der vermutlich letzten mission und wir sind im canon del diablo kann sich auch anders aussprechen ja wie weit sind wir denn auf der rechten seite sehen wir isabelle und mccoy und auf der linken seite kuba und kate und ektor fängt erst an und da unten das kleidungsstück da wollen wir gerne ran ja wie geht es denn da runter überhaupt da muss man hier den weg runter muss man erst mal vorher das hier aufräumen boncho und schütze ja dann schauen wir mal gleich versemmelt also hier müssen wir besser aufpassen so seht ihr die spuren wir folgen dem weg dann kommen wir zu frank oder wir gehen in den canyon und besorgen dir die klamotten deine show cooper wie kann man den jetzt liegen lassen das mal hier mal auf den hier aufpassen wie guckt denn der naja der guckt hier nicht so weit also okay ähm beilung 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 und so dann hätten wir da mal aufgeräumt also mal lieber vorsichtig dass die einen von da oben nicht sehen legen ihn da ab bis er im besten bin schätzchen tja vielleicht erst mal da hoch genau Ups, nein, wollen wir nicht. Schauen wir mal. Vielleicht mal auf der Seite weitermachen. Haben wir denn für die irgendeinen Unfall? Hmm, sieht nicht so aus. Das heißt, die werde ich wohl erst mal in Ruhe lassen lassen. Die sehen sich gegenseitig. Da steht auch noch mal einer. So, der läuft aber noch hin und her. Da ist einer. Na ja, okay, dann holen wir mal Isabelle. Ich glaube, der kann gar nicht so weit sehen. Komm schon, ich bin am Verzweifeln hier. Oh, das kann ich sehen, Schätzchen. Na, was machen wir da denn jetzt? Okay, wir haben ja gespeichert. Ah, da waren wir so langsam. Oh, ich verstehe schon. Bereits, na los, los. So, jetzt sind sie verbunden. Jetzt hat man vielleicht einfach mal speichern. Ich finde hier keine Stelle, wo ich auf die schießen kann. Ah, ich kann natürlich auch einfach da hochgehen. Ähm, ich halte mich an den Plan. Verstanden. So, wie ist denn das jetzt, wenn wir auf den Zielen? Nix. Jetzt müsste es aber gehen. Jetzt kommen die gerade. Da wollen wir mal nix machen. Oh, ich verstehe schon. Oh, jetzt kommt gleich die Katze. Oh, jetzt kommt gleich die Katze. Die dürfen jetzt eigentlich gar nix sehen. Ja, und? Sehr gut. Oh. Michael. Dann holen wir uns mal neue Munition. Genau mein Gedanke. Es geht, bring mir's zu Ende. Legenden bringt man nicht jeden Tag genau das, was ich brauche. Der Rön. So, Isabel. Ich bin die beste im Westen, denn Schätzchen. Ziehen wir's durch. Kein Mux. Dann warten wir mal, bis der wieder abgelenkt ist. Kümmern. Obwachst du denn noch? Tschüss. Kein Problem. Nicht nötig, Schätzchen. Lass uns allen Schatten genießen, solange es geht. So, was sollst du eigentlich nicht machen? Herr West. So, da sind wir auch gerade noch weggekommen. Das wäre fast schiefgegangen. Bin ein bisschen zu spät angegriffen. Gut. Ja. Dann ziehe ich jetzt von der Seite erstmal nix. Dann müssen wir auf der Seite weitermachen, glaube ich. Das Kopfgeld ist lange überfällig. Okay. Los geht's. Wir bleiben besser in Deckung. Jetzt wird es definitiv voller. Ich kenne ein paar von den Visagen. Franks alte Bande. Ich hoffe, du wirst nicht sentimental. Sieh genau hin. Bleibt wach, Mux. Begrüßen wir sie herzlich. Wir dürfen dein Blut vergießen. Gut. Dann müssen wir schauen, dass wir hier vorbeikommen. Jetzt geht's. Meinst du, ich bin nicht gut genug für dich? Ich bin wegen Frank hier, Schätz. Ich nehme keine Hand lange. So. Das sind also noch ein Haufen. Die gucken gerade beide in die Richtung. Wäre der vielleicht der Nächste? Und los. Komm schon. Ich bin am Verzweifeln hier. Oh. Das kann ich sehen. Schätz. Na los. Sollen wir? Kurz und schmerzlos. Oh, der Schott gerade. Fangen wir mal. Oh, jetzt kommen die schon wieder. Jetzt ist sie wieder da. Oh, wo wachst du denn noch? Kann natürlich sein, dass wir mit Isabel, ja, die kommt, ist gerade aber auf der anderen Seite. Dann war der. Hm. Das war ganz schön knapp, hm? Eiei, ei, ei, ei. Was willst du? Ich sünd mich an die Sache. Vielleicht gehen wir unten rum. Dann hier hinter, runter und dann erst mal an dem vorbei. Vielleicht ist das ein Plan. Breit machen, Jungs. Wir tauchen früher oder später hier auf. Ja, sie sollten vielleicht öfters mal durchzählen einfach. Auf geht's. Kein Problem. Dann würde ihnen vielleicht auffallen, dass jemand fehlt. Mach schon. So. Ah, jetzt kommen die wieder. Fangen wir mal. Ich glaube, für die haben wir auch keine Falle, hm? Hm. Oh, jetzt kommt er da runter. Ist natürlich schlecht, weil die da sind. Jetzt kann ich mich nicht verstecken. Ich hätte vielleicht gleich hochklettern sollen. Ja, hoffentlich kommt er jetzt nicht in den Bosch. Na ja, das ist ja auch der Plan. Wer hat Lust zu stecken? Braucht etwas Schliff. Klare Sache. Auf geht's. Dann stecken wir uns lieber oben. Falls denen irgendwas auffallen sollte. Mal gucken, gibt's hier irgendwas für die. Sieht aber nicht so aus. Na ja. Und damit ist der weg. Munition haben wir voll. Man könnte die jetzt auch umknallen, weil die jetzt niemanden haben, der sie hört, glaube ich. Machen wir vielleicht mit Hector. Hector einfach die Schrote mal auf die drei. Ja, Kate auch hoch. Ich bin noch verzweifelt. Ah, tun wir Kate erstmal hierhin. Legen wir los. Geht klar, Mico. So, schauen wir mal. Ja, das hört keiner. Rauslöschen. Ähm. Speichern. Ich muss wohl laut werden. Ja, das war okay, würde ich sagen. Komm zu, Hector. Ich bin auf dem Nachschlag. Dann kann der sich da mal Munition holen. Nice, würde ich sagen. Das war ein guter Schlag. Ja. Ach, nur ein Schuss dran. Schade. Dann schleichen wir uns hier mal an. Hoffentlich drehen sie sich jetzt gerade nicht um. Du sag mir. Was willst du? Warum machst du mir nicht einfach ein? Gut, Schätzchen. Erinnert mich an die Sache, die wir vor uns haben. Oh, Scheiße. Diese verdammte Brücke beschert mir immer noch einen Träumer. Das glaube ich. Klare Sache. Wie ist der Plan? Ob es für friedliche Sachen auch was gäbe? Man muss ja nicht einfach mal umbringen, aber es ist halt einfacher. So, Kate. Du kommst mal bitte hierher. Hector, hol mal den bitte ab. Vielleicht noch schnell hier oben aufzuräumen. Weißt du, ich bin nicht gut genug für dich. Ich bin wegen Frank hier, Schätzchen. Ich nehme keine Handlung. Oder vielleicht lieber später. Wohin damit? Los geht's. Ja, ich würde sagen, dann ist... Die zwei können ja sich austauschen jetzt. Oh, komm schon. Ich bin am Verzweifeln hier. Dann gebührt es doch Kate. Ja, jetzt schauen sie dumm. Die kümmert es gar nicht. Nett. Wir schaffen das. In Ordnung. So, dann mal hier runter. Isabel. Was wartest du denn noch? Vorhin her. Nicht mehr hätte ich, Schätzchen. Lass mich im Schatten. Es ist so heiß. Wir wussten, dass wir kommen. Ich bin schon da. Beihammer. Ja, das ist schnell genug. Ich frage, ist er mal da auch schnell genug? Ganz artig. Ich kann bezahlen. Siehst du? Ach, shit. Das ist für ein Lärm. Mach schon. Meinst du? Ich bin nicht gut genug für dich. Das ist ja auch erledigt. Ich bin wegen Frank hier, Schätzchen. Ich nehme keine Hand lang auf. Na los. Die zwei gucken sich die ganze Zeit an. Dann könnte ich mit Isabel... Kriegst du leicht Angst? ...erst mal hier runtergehen. ...was ich machen lässt. Nageln wir sie fest. Ich bin um Verzweifeln. Das kann ich nicht spüren. Schauen wir mal, ob wir den auch noch erwischen. Das Kopfgeld ist lange überfällig. Okay. Okay. So. Sein oder nicht sein. Nur ein kleiner Piks. Hm. Da müssen wir fast runter. Eine blöde Idee. Nageln wir sie fest. Dann warten wir mal, bis sie wiederkommt. Bring mir's zum Ende. Ich hab gar nicht geguckt, ob hier unten noch welche sind, aber da war keiner. Isabel... Mal schauen, dass wir... Nichts spüren. Oh nein. Zwei. Ziehen wir's durch. So. Jetzt müssen wir nur den richtigen Zeitpunkt erwischen. Dass wir hier die... ...drei auf einmal legen. Nicht so ganz einfach, weil der seht den. Vielleicht war das auch keine gute Verbindung hier. Nur ein bisschen Blut. Ha. Das ist eine kleine Änderung. Nageln wir sie fest. Viel besser. Zum rasierend scharf. So. Erstmal nochmal hier. Wird auch Zeit. Dann haben wir ein bisschen Zeit. Jetzt geht's. Augen aufs Ziel. So. Fortsetzen. Isabel. Ich bin süßer. Bist du da? Na los. Los. Deine Seele für Papagäe. Zudem mal dran. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Und das waren alle drei auf einmal. Wir schaffen das. Mach schon. Okay. schon entschieden. Bring mir sein. Halte. In. Na. Steuerung. Wie aufregend. Mach Platz. Zieh mir's durch. Vermischt. Und hopp. Und hopp. Wohin? Wohin? Okay. Okay. Auf geht's. So. Dann machen wir uns mal bereit. Dann gibt es einmal. Kümmern wir uns ums Unkraut. Nein. Der schlägt ihn nieder. Wie läuft's? Das Messer reicht. Der Schütze kriegt aber das Messer. Keine Sorge weniger. So, so. Hier ist es schön fest. Bring wir's zu Ende. Kein Problem. Ich habe Freunde auf der anderen Seite. Verwischt. Na gut, das brauchen wir noch Kate. Wir werden schon erwartet. Lassen wir Frank nicht warten. Bis ans Ende der Welt. So. Riskieren wir einen Blick. Beeil dich, Mark. Kate. So, noch eine Leiter runter. Und die auch noch. Bezaubernd. Dann können wir uns hier umziehen. Da wird eine Erinnerung wach. Na los. Ein Punkt auf der Liste abgehakt. Denkt dran. Die hilft uns nur, bis wir zu Frank kommen. Dann sollten wir sie gut nutzen. Ich kann das nicht ewig halten. Geht schon irgendwie. Und ziehen wir uns noch rum. Wie sehe ich aus? Nice. Ja, ja. Könnte ich den ganzen Tag mal... Bereit. Wohin? Was haben wir hier? Bereit, wenn du es bist. Mir kommt da eine Idee. Die nehme ich. Hintern. Dann warte mal. Und den noch aufräumen. Obwohl der schon tot ist, macht der immer noch... Und los. Ist ja nett. Ich liebe Herausforderungen. Ausforderungen. Das kann ich tun. Kannst kaum mehr. Cut. Ja, in Ordnung. Würde ich auch sagen. Wie es weitergeht, schauen wir heute nicht mehr an. Machen wir an dieser Stelle lieber ein kleines Päuschen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns das nächste Mal. Bis... gie8. Bis dann genau. Wir sehen uns das nächste Mal. Vielen Dank.